Was geht ab Jungs? Wir sind hier in Kroatien, gebt euch diesen Pool, diesen Jacuzzi. Verrückt Jungs, verrückt. So kommt man durch die Tür rein, zack, hat man hier das Badezimmer, hier irgendeine Kommode. Das guckt mich nicht da machen. Klo, Dusche. Hier schlafe ich mit Kollegen, hier zack, 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 man sieht, man sieht, Bruder ist aber große Villa. Schrank aufmachen, ich kann mal gucken. Digga, der Wichser hat schon seine Sachen reingetan, der Churru. Ich teste andere Seite. Ja, okay. Hier ist anderes Zimmer, hier schlafen andere Bauer, die haben auch Fernseher, die Wichser, die haben das Bessere bekommen unten. Hier ist Kühlschrank, Küche, kleine, zack, zack, aber die werden wir wahrscheinlich nicht so sehr benutzen. Hier ist man im Pool mit Sitzen und so. Digga, Chat, hier kommt man in die große Küche, die werden wir vor allem benutzen. Hier ist Steinhofen, oder aber ich weiß nicht, ob wir den benutzen werden. Hier ist riesige Küche, wie man sehen kann. Da ist Kühlschrank, da haben wir die Sachen drin gelagert. Warte, ich zeige euch das, Digga, wie groß das hier ist. Ihr checkt es, glaube ich, schon. Hier haben wir Jacuzzi, Pool. Das ist so, von wo man reinkommt, zack, und dann geht man die Treppe hoch, ich zeige euch die Etage kurz. Hier kommt man dann rein. So, zack, zack. Anderes Wartezimmer, Chat. Anderes Zimmer. Das ist die Sicht auf den Balkon und oben, das Chat-Body ist aber echt krass, ne. Dann kann man hier zum Runterschwimmer zu filmen. Schwimmer, sag ich Pool. Anderes Zimmer. Hi, Hannes. Das ist nochmal anderes Zimmer, Chat. Hier, Gürten. Hier hat man nochmal Doppelbett-Chat. Digga, diese Wohnung ist echt groß. Und hier ist andere Küche, Digga, die Chat, die Wohnung ist so groß, ne. Geil, Jungs, Hayat nehmen, ne. Wir sind hier mit Emil im Mono. Wir sind hier mit Emil im Mono. Gibt's die Villa? Jetzt geht's essen. Boat, Boat. Ich sage euch ehrlich, sieht aus wie in der Türkei. Nur so ein bisschen anders. Ich habe 300 Euro, Leute. Jetzt geht's ans Essen. Er hat für dich bestellt. Haben wir dich schon für uns bestellt? Ja, ja. Cool. Alles mit Schwein. Schwein. Nein, Spaß. Schwein. Jan-Miku. Ich weiß nicht, der Ton ist aber immer ein bisschen lauter. Leute, das ist das Fleisch. Kannst du neu machen? Schweinefleisch. Das ist Menschenfleisch. Das ist das Johannischwein. Das sieht so lustig irgendwie aus in der Kamera. Oh, er sieht so süß aus. Sein Bart sieht so dunkel aus. Ja, Mika, das ist ja mal den. Ist egal, wir können auch so mal ein bisschen... Wir haben Filz und Pus, ja. Ich habe das Gefühl, dass das andere noch auf den Daumen ist. Ich habe es hier noch umkochen, ja. Chad, das ist der Teller. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Pommes, Gemüse, Gemüse, Pilz, Gemüse. Fleisch, Fleisch. Ja. Ja. Ich habe halt auch gar keine Ahnung, leider. Wir müssen vielleicht googeln oder frau... Yo, Leute, Pflaster rumgemacht, weil ich es hier gefunden habe. Skrr. Leute, die Küche ist so krass. Ich mache jetzt Tee. Ja, ist schon gut warm. Vielleicht wird der Tee gemacht. Leute, das Krasseste hier ist, guck mal, das ist ja die Küche. Man geht hier hin. Ich weiß nicht, ob da noch jemand kackt. Aber guck mal einfach, Toilette mit Dusche, Digga. In der Küche, Chad. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. So, Leute, Tee fertig. Tee wird jetzt rauskohlen. Leute, ich habe keinen Zucker gefunden. Musst du diese Schokocreme dran glauben, Mann. Ey, Leute, mein Tee sieht aus wie ein Kakao. Yo, was geht? Was geht, TikTok? Da haben wir einen Publikum auf Instagram. La, le, lu, nur der Mann im Mund. Schau zu, wie die kleinen Kinder schlafen. Komm, schlaf auch du. La, le. Boah, Chad, Digga. Wir sind ein bisschen mehr gelaufen und jetzt sind wir hier. Weil der Spar war ein bisschen teurer. Wir hoffen, dass der jetzt ein bisschen besser ist und günstiger. Leute, das ist die Schokos hier zum Beispiel. Man muss aber sagen, die Preise sind sogar vom Ding her meistens teurer als in Deutschland. Digga, das ist voll krass. Ich dachte, Kroatien ist echt ein bisschen billiger. Aber, ja, ihr seht halt eigentlich Artikel, die man zum Großteil kennt. Das ist zum Beispiel die Chipsabteilung hier. Ich zeige euch auch gleich, was wir ein bisschen gekauft haben. Die Brotabteilung war ehrlich clean. Ich check, das ist auch ein bisschen wie Deutschland mit der Bäckerei. Aber manche Brote sind hier bis hin günstiger. Also Brot ist ein bisschen günstiger. Hier, Leute. Also ihr seht, es ist eigentlich im Grunde gleich. Es sind andere Artikel, aber so was richtig krass anderes gab es hier. Bis jetzt stand jetzt, bis jetzt noch nicht. Chad, wir haben ein bisschen zu viel geformt. Nein, warte. Chad, wir haben ein bisschen zu viel gekauft. Wir müssen das jetzt nach Hause transportieren. Das Ding ist, die Straße ist richtig ehrenlos. Also ich glaube, wir müssen auf den Fußgängern links, äh, der Autobahn links, der Straße links laufen. Die Autos sind ehrenlos. Chad, wir müssen den jetzt so schieben auf diesem steinigen Weg. Ja, was soll man machen? Chad, das sind die billigen Energies. Vor allem diese Budgetmarke. Warte, davon haben wir auch das Brot. Ich bin halt auch gar kein Energy-Fan online. Der stinkt schon nach Energy. Der schmeckt kacke für mich, ne? Halt schul. Häufer. Der schmeckt wie diese alten von Lidl in dieser Flasche. Ja, X, genau, so schmeckt der. Also Chad, das Gemeinschafts-Kühlschrank von uns vier. Ihr seht hier Käse, Schweinewurst, hat irgendjemand hier gekauft. Hier sind grüne Äpfel, Wasser, Fruchtsäfte und sehr viel Bier. Hast du Bier gekauft? Nektarinen. 17 Euro, 24 Stück. Chad, ich mach jetzt Melle, man. Passt auf. Tomaten schon mal klein geschnibbelt. Jetzt kommt Pfanne mit Ei rein. Wir mussten Küche wechseln, da hat es nicht funktioniert. Chad, hier wird jetzt gemacht. Oh, Chad, ich hab vergessen zu filmen. Aber Tomatei ist drin. Hier hab ich Sahne reingepackt. Und jetzt pack ich noch so ein Stück Käse rein. Dann vertraut mir. Jetzt wird gegessen. Der ist so krank. Der ist echt gut, Chad. Der Eis, der soll auch gut sein, der Pfirsicht. Test ich später.